Jamie! Oh nein, war falsch. Jamie! Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Teil vom Drogenprojekt. Jamie, ich würde sagen, wir legen gerade los, oder? Das ist super, ich lese dich. Ja, perfekt. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. So, da-dee. Wir nehmen natürlich wieder das beste Auto in dem Spiel. Also, wir müssen jetzt irgends wahren. Ja, so wie in jeder Mission. Wir müssen jetzt ins Hippie-Camp. So, dann kommst du dir heim. Hey, ich wohne in meinem Hippie-Camp. Und was denn? In meinem Drogenschloss. Eben. Achso, ist... aha. Ja, ist nicht zufrieden. Hey! Sorry. Aber das Nummernschild ist noch ganz okay. Der Feuer ist halt in Ohio gemacht, weisst du. Ah. Okay, wir sind da. Perfekt. Das störende Lobo-Ausrüstung. Die ist wo? In denen zählt ja. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich habe dem gerade vorhin in den Fress kauft. Oh, ich bin... ...tot. Ich auch. Fast. Ich bin's aber. Aha! Ich kann mit der Panzerfaust da einen reinballern und es ist noch nichts passiert. Aber der geht... Du die jetzt gerade alle mit Headshots abschiessen? Ah, ich muss... Ah, ich muss... Ah, da hat es so einen... ...Gastank drin und den musst du abschiessen am Scheisschen. Wie viel zählt haben wir noch? Zwei. Ah, dann bist du. So. Wer will, du etwas? Ja. Ja, Mann! Du bist... Ah, Alter! Genau aus diesem Grund bin ich nicht so wie dir. Sehr gut! Du schaffst das! 2.000 Jahre später. Ich finde einen Hippi-Bus, um die GPS-Daten zu prüfen. Kann mich da jemanden aufklären? Zerstören die? Ich muss jetzt mit diesem Hippi-Bus hierher fahren, oder was? Du musst halt Koordinaten haben, oder? Ich bin leider manchmal längsämmer als dieser. Ah, komm wir an einen Haftbomben... ...weiss ich auch nicht. Aber Serg, weißt du was morgen ist? Nein. Mein Geburtstag! Ah! Ui. Die Zelle ist schon ein Geschenke bekommen. Yeah! Von dir! Und was hast du mir geschenkt? Das ist nicht ein guter Sorry-Gestell-Moment. Ja! Ah-Ah-Ah-Ah. Ah-Ah-Ah! Ah-Ah-Ah-Ah-Ah! Eheheh-Ah-Ah-Ah-Ah! Jaaah-Ah-Ah! Ah, ist das gut! Ah! Ist das gut! Ist das gut! Ihr seid eigentlich anscheinend nicht so guter Zeitpunkt gewesen, oder? Ja! Ja, tut mir leid, ich bin kurz abgelenkt worden. Kann ich euch jetzt helfen? Eben, wo haben wir gesehen? Du hast mir etwas geschenkt. Und jemand anderes auch noch. Ja, ich und der Kollege haben dir etwas geschenkt. Was habt ihr mir geschenkt? Wir haben dir eine Baustellenlampe geschenkt. Weil ich meine, schau dich doch an, du bist eine reine Baustelle. Ja, mir gibt es immer etwas zu arbeiten. Hey, das ist aber nett, aber haben sie aber nicht geklaut? Nein, wir haben sie im Laden gekauft und mit J. Die mit J anfängt und mit Umbud aufhört. Und Nummer 2. Oh, scheisse, jetzt habe ich die Annäherungsminen. Ja. Die haben wir wieder vorne explodiert. Okay. Oh, wieder, wieder, scheisse! Ich bin fast tot, Junge. Ich habe das schnellste Auto im Spiel natürlich auch. Schmeissst du eine Granare? Ja. Du bist ja schliesslich auch eine Granare. Ja. Ja, nicht das! Ach so, was? Ah, dort! Es sind immer so feil wie Bösschen. So, oh, der Ladli! Oh, 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 oh! Wo ist er? Wo ist er? Hier, hier! Hier, hier! Hier, hier, hier! Nicht dort, sondern dort! Oder auch nicht dort, sondern er ist dort! Ja, optimal, oder? Ja, ja! Oh, nee! Jetzt geht es noch weiter. Jetzt geht es zum Altwister-Camp. Ah, also, man sieht sich dort. Jaime Schnipps! So, da ist wieder mein Lieblings-Camp. Oh Gott, müssen wir jetzt gegen die Kämpfe... Okay, wir müssen gegen die Kämpfe, alles gut. Wir sind am Ar... Oh, dann müssen wir die Vans kaputt machen! Ach, Scheiße! Einer... Oh nein, ich bin sowas von Totseller. Ja, gerade. Es hat wortwörtlich bombastisch funktioniert. Das war eine bombastische Idee von mir. Das muss ich tatsächlich sagen, ja. Aber der Werner ist kaputt gegangen. Nehmen wir ihn, ne? Bist du ja auch noch am Leben? Ja, wenn wir beide zusammen gestorben sind. Oh, ich bin aber schon wieder tot, also... Alles gut. Ah! Ich verpisse mich! Runder an! Ja, was soll ich machen? Ich habe nie ein Auto. Und nochmal dort hochgegangen, nicht? Ach, perfekt. Ja, endlich. Nach 50 Minuten. Ja, Jamie, du warst wieder mal eine anstrengende Mission. Es war echt anstrengend. Hey, wo gehst du hin? Weg. Nein, geh doch nicht weg. So wie unsere Zuschauer, aber liebe Zuschauer. Da oben rechts ist jetzt noch das Video von letztem Mal eingeblendet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, von letzten Wochen. Das war ein super Video. Ich wünsche euch wunderbaren Abend noch. Und ja, Jamie... Du bist letztendlich. Widerschau! Widerschau! Widerschau!